Und damit geht es nun weiter mit der nächsten Strecke, Chi-Guy Bazaard. Ja, auch die Strecke ist super. Der Ton ist auf einmal weg. Okay, das ist jetzt komisch. Ich glaube wir haben hier einen Bug. Was ist mit dem Sieb passiert? Letzte Runde. Äh, ja. Anscheinend haben wir hier gerade Tonprobleme. Und zwar akute Tonprobleme. Sehr interessant. Na ja gut. Bis zum nächsten Mal. Dann gehts weiter. Ciao. Loll. Dann gehts weiter. 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 Dann gehts weiter.